Wer ist da? Ist das Sarah? Ist das... Cersei? Wer könnte es sein? Oder ist es vielleicht doch... Lady Marjorie, wir schauen erst mal. Wir haben ein... Ja, naja, besser als auf dem Boden. Ein Rattenloch. Ratten. Sie sind überall in King's Landing. Ja. Wir haben hier Blut. Sieht so frisch. Sieht so aus, dass sie es nicht nach dem Block gemacht haben. Wir schauen mal... Wir nehmen mal die Fackel. Falls uns hier jetzt vielleicht... Irgend... ...jemand... ...doch noch irgendwie... Naja, dann können wir ihn so ein bisschen umhauen. Ihr wisst Bescheid. Und Zähne sind hier. Oh Gott! Es gibt menschliche Türen. Hier wurde anscheinend auch jemand drin gefoltert. Und wir schauen, wer an der Tür ist. Jailer! Oh. Schau sie! Bitte komm hier! Okay, es ist doch niemand, den wir kennen. Ein Prisoner. Tried to open. Look out. Ich weiß nicht, ist das schlau? Hey, geh weg von da! Jailer! Jailer, komm hier! Oh, nicht du wieder starten! Warum, komm hier noch einen Moment? Wir können uns ein kleines Chat über das machen. God's Woman, ich habe gesagt, shut it! Oder ich werde da kommen, und du wirst nicht so gut, was passiert. Was willst du dann? Tell me! Please! Ich werde alles tun. Just tell me! Bastard! Before die Zeit ist vorbei, sie werden uns direkt nach dem Block. Also, nicht mir das Schaube. Hmm. Hmm. Da hat sie recht. Da kommt Lord Morgren. Sie werden hier für Sie bald. Sie haben nicht viel Zeit. Was Sie hier machen, Morgren? Sie haben Ihre Triumph in meine Gesichter? Ja, Frau Mera. Ja, ich komme zu machen, Morgren. Mera. 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 Let it go! Sylvie! Er ist mein Bruder! Ich war nicht fertig! Wenn du hier fertig bist, komm mal sehen. Es gibt etwas, ich muss dir zeigen. Ich glaube nicht, Gerard. Das ist deshalb, ich musste, Kotter sehen. Er ist nicht gut. Und er wird nicht länger leben. Ich muss ihn sehen. Ist er da? Es ist ein Grund, ich wollte Ihnen sprechen. Ich muss Ihnen etwas tun für mich. Ich wollte ihn nicht mehr so schwer, Gerard. Es ist einfach so schwer. Aber das ist dann, wenn sie mich gefunden haben. Der Nightshade. Der Nightshade. Ich muss Ihnen sein, der zu Ende des Erachtens. Aber... Es ist unser Weg, Gerard. Du musst ihn versenken. Ich glaube Ihnen, das zu tun, Gerard. Du bist der einzige, der kann. Ich werde. Du kannst mir glauben. Ich werde das richtig machen. Danke, Gerard. Er ist in so viel Schmerz. Hm. Wir werden alle unsere Freunde verlieren. Aber vielleicht können wir Ayanrath retten. Und das Haus, dem wir dienen. Mal schauen. So, hier sind... ...die Leute. Wir haben den Nachtschatten. Die North Growth Map. Und Thalias Kette. Oh, das sieht aus wie ein Thronsaal und da liegt Kotter anscheinend. What are you going to do with that? You realize it's deadly and has no place in here. That's between me and Kotter. I don't know what that wildling told you but that will kill him and taint his blood. Oh, God, you wonder... Gareth, Gareth, is that you? It's me, Kotter. I'm here. Where's Sylvie? I want to see her. Where is she? There's something happened to her. Don't worry. Our friends are taking care of her. What? What do you mean, our friends? She wanted me to look after you. Remember your promise, Gareth. You have to protect Sylvie. That's what we're going to do. Kotter! I can't bear it anymore! He's been incredibly brave. A lesser man would have died days ago. But I suppose you already knew that about him. This wasn't supposed to happen. This wasn't supposed to happen. I always thought he'd be here, fighting by my side. But now you can use this death to give his life meaning. This was always intended for my father. It's a sacred symbol of the power of the North Grove. Forged from iron. The handle made with ironwood from this very tree. In my father's absence, you speak for House Forrester. It seems only right that you should have this now. You're here for a reason, Gareth. It's no accident they sent you. I promise. I'll make Lord Forrester proud. I know you'll do what's necessary. Your friend is dying. But his life is too valuable to waste. Give me his heart. His beating heart. And his death can have meaning. We can use it for a greater purpose, Gareth. An ancient ritual to help harness the power of the North Grove. We must do this, Gareth. I fear what might happen if we don't. His beating heart. This is madness. Not madness. Necessity. Madness would be letting the North Grove fall. You saw what happened after the fight. My warriors. They're pulling away. Please. I need you to do this. For me. For the North Grove. I'm ready. I can't take it any longer. And his suffering. Use his life to make us strong, Gareth. We have to decide. Give him that poison and his blood will be useless. Let us use his blood to give us strength. But we have to do this. Out there you saw what's possible. But that was only the beginning. We have to do it for one of the wrath. And not for Sylvie. Romant to build this ritual and we can prepare for the coming winter. Damn, that's difficult. It's me that's not the time. We have to do it. I did. Fuck. Ich wusste, ich könnte auf dich, Garret. Use den Dagger, um seinen Kopf zu öffnen. Wir brauchen sein Herz. Oh Gott, ich will gar nicht hinschauen. Oh nein. Oh nein. Tut mir leid, Katha. Das ist nicht los. Gut, jetzt holen Sie den Herz, schnell, während der Blut still pulsiert. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Ist das heute hier? Now bring it here. Squeeze the blood into the fire. While it's still warm. Dohne Träuri-Kai-Spraak. Danke, Gerrit. Ich weiß, es war schwierig. Aber du hast das richtig gemacht. Jetzt müssen wir den Körper verletzen. Ich weiß, es war schwierig.